Hallo bei Gunshaft Auto 5 und Grimetime und der Helfer hat wohl Pausen Party gemacht Und damit fahren wir jetzt nach Hause um den einen Auftrag nochmals spielen zu müssen habe ich festgestellt bei einem Versuch einer Aufnahme die abgestürzt ist Und gerade habe ich neu gestartet nachdem ich durch eigene Sofa Gegen den Zug gerannt bin Ja Oh Der war knapp hier Viel verpasst habt ihr bei der einen Aufnahme nichts Nämlich da bin ich nur mit Fahrrad gefahren und habe ein Ehepaar mit dem Auto abgeholt Und da wir die Videosequenz gleich schon kennen Werde ich Das Übersprengen Wenn ich weiß wie das geht Dann muss ich wieder dann die ganzen Bomben anhaften Äh Naja Run Wohn Get back here You're not even hidden So So we're heading to Los Santos then? Soon I gotta make a stop Oh was ya stop? Icecrain Ja, alles gut. Ja, alles gut. Wie da diese Haftbomben anbringen. Keine Ahnung, warum das das letzte Mal nicht geschafft hat. Das sind meine Geschenk für diese Pricks. Da geht's. Was ist das denn? Was sind die Vorberein? Ja, oder? Das war die Vorberein. Die Vorbereinigung hat den Müslag. Oh, was echt ein Grавно. So, um, whatever they've done about this thing, they're just really shaking them down there. I think it was ridiculous. You were thinking that whole chapter was ridiculous. Let's take a ride. See what kind of shape they left with, great baby. I'm in the Blacktop Brothers. Solo. Oh, that's the spot. Sister! Get your ass out here! We're here to take care of her! We'll run out here for our textiles off! The only guys out here are brothers in a lost motorcycle club. Brothers on my edge, you are morally obligated to bang the shit out of you. ist das spannend hier so jetzt habe ich so zwei das schwierigste schon hinter mir hoffe ich zumindest so so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020